Liebe Fans des FC Aarau, ich möchte mich recht herzlich bedanken zum Ende meiner fussballerischen Karriere. Was ich beim FC Aarau erlebt habe, war einmalig. Wir hatten sehr viele Höchs, aber auch viele Tiefs. Wir bleiben die guten und die schlechten Erinnerungen. Mir ist aber vor allem da geblieben, dass wir extrem gute und treue Fans haben, die uns auch in den schlechten Zeiten unterstützt haben und für uns da waren. Das habe ich an diesem Verein immer geschätzt. Ich bin sehr froh, auf die einen Seite natürlich traurig, dass die fussballerische Karriere fertig ist. Aber ich bin sehr froh, dass ich bei diesem Verein bleiben darf, dass ich hier eine neue Aufgabe habe. Ich freue mich und ich bin zuversichtlich, dass wieder die Berg aufgeht mit dem FC Aarau. Oh, oh, oh. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018